Moin Moin und herzlich Willkommen bei den Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich, dass ihr in eine aktuelle Replay-Folge zum Spiel Hanse hineingeschaltet habt. Bisher habe ich mich im Rahmen der Replays mit der C64-Version beschäftigt. Das war auch die Version, die ich damals als Kind auf dem Rechner gespielt habe. Heute schaue ich mir die Amiga Version an und diese Version habe ich mir tatsächlich damals nicht angeschaut auf dem Amiga. Ich weiß jetzt nicht warum, ob ich etwas abgeschreckt war durch die Testberichte oder ob ich einfach keine Lust auf diese Genre hatte. Das kann nämlich auch der Fall sein. Aber das werden wir heute nachholen. Ich schaue mir heute gemeinsam mit euch die Amiga Version an. Auch diese ist von Ralf Glau programmiert und von Thomas Heimen. Das Spiel ist 1988 erschienen und Entwickler und Publisher war Areola Soft. Und was wir hier sehen auf dem Titelscreen ist eine sehr schön digitalisierte Fotografie des Holstentores. Zumindest sieht es aus wie eine Fotografie. Die ist auch sehr gut gelungen. Sie gefällt mir. Aber was wir nicht hören ist Musik oder irgendetwas in der Art. Aber das war bei der 64er Version auch nicht der Fall. Dann gehen wir mal weiter. Und hier sehen wir auch schon einen weiteren Unterschied zur 64er Version. Das Spiel lässt sich mit der Maus steuern. Das ist schon mal sehr schön. Und wir werden wieder gefragt, ob wir ein Spiel fortsetzen wollen oder neu beginnen. Wir beginnen neu. Und jetzt sollen wir die Anzahl der Spieler angeben. Ich bin alleine und ich muss gestehen, dass mir diese Grafik jetzt hier gar nicht gefällt. Das sieht ja aus wie die Tastatur eines Telefons. Das finde ich etwas merkwürdig vom Stil her. Das passt irgendwie nicht zu dem Spiel. Ich hoffe mal, dass es jetzt nur am Anfang so ist. Okay, jetzt sollte ich meinen Namen angeben. Groß und klein Schreibung geht nicht. Und ich kann kein Lehrzeichen einfügen. Ich wollte jetzt eigentlich Alex den ersten nehmen. Aber schaut mal. Es geht nicht. Das ist ja echt bescheiden. Okay, dann nehmen wir meinen alten Namen. Vulteius. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich männlich oder weiblich sein möchte. Ich nehme männlich. Und auch hier sehe ich gerade, fehlt ein Schrägstrich zwischen männlich und weiblich. Das ist ein bisschen geschludert. Aber es geht los. Wir lassen uns jetzt von solchen Kleinigkeiten nicht stören, oder? Urkunde. Dem Bürger Vulteius wird hiermit das Privileg zuteil, in die Handelsrolle eingetragen zu werden. Gezeichnet der Senat im Jahr 1356. Es geht los. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch noch auf Folgendes hinweisen. Hier rechts seht ihr ein Siegel. Und wenn man genau hinschaut, kann man auf dem Siegel ein Schiff erkennen. Hier. Und zwar ist das ein Wikinger-Schiff. Hier seht ihr auch den Drachenkopf. Also keine Kogge oder irgendetwas in der Art. Und zwar ist das das Siegel der Stadt Lübeck. Ich habe dieses Siegel erst vor zwei, drei Tagen gesehen, denn ich lese momentan ein Buch über die Hanze. Ihr seht, ich bereite mich sehr gut vor auf die Sendungen. Und da habe ich dieses Siegel gesehen. Und da müsst ihr mir einfach glauben, dass dieser Pixelbrei, den ihr hier seht, das Siegel von Lübeck sein soll. So, genug geredet. Gehen wir weiter. Mein Familienwappen. Kann ich es aussuchen? Nein, kann ich nicht. Auch das ist jetzt etwas traurig, denn wir reden hier über ein Amiga. Und da wäre das doch möglich gewesen. Also einen Speicherplatz kann es jetzt nicht gelegen haben. Jetzt sehen wir ein hübsches Bild. Naja, so halb hübsch. Wir sehen Kontore. Wir sehen Fluss. Und wir sehen zwei Koggen vor den Speichern. Und ich muss gestehen, dass ich das Bild etwas merkwürdig finde. Also es scheint hier auch zum Teil digitalisiert zu sein, der Hintergrund. Aber diese beiden Schiffe hier, die sind handgepixelt, aber von einer zweifelhaften künstlerischen Qualität. Ich glaube, ich könnte es genauso gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Und genau dieses Bild ist auch in der MS-DOS-Version enthalten, die Selma in der letzten Folge angespielt hatte. Und er hatte ja damals die Vermutung gehabt, dass schlicht und einfach die Grafiken vom Amiga konvertiert worden sind für die PC-Version. Und daran kann tatsächlich etwas sein. Denn das scheint hier wirklich die Quelle zu sein. Es ist hübscher als die MS-DOS-Version. Aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Klar, ich habe CinemaWare-Spiele jetzt gerade vor Augen. Da sieht man, was man mit der Grafik auf einem Amiga alles machen kann. Das ist vielleicht ein bisschen zu vermessen, zu sagen, naja, Areola Soft hätte so etwas ähnliches auf die Beine bringen müssen. Aber das hier, von der Qualität her, da bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Aber okay, machen wir mal weiter. So, wir sehen jetzt hier die Übersichtskarte der Ostsee. Wir sehen auch hier wieder unsere Städte. Wir sehen Lübeck, Malmö, Warberg, Tönsberg, Bergen, Üstad, Wispi, Novgorod, Riga. Und es ist genau die gleiche Anzahl von Städten, also es gibt keine Erweiterung. Es ist scheinbar 1 zu 1 die Version, die auch für den 64er erschienen ist. Dann gehen wir mal weiter. Es war Bewegtes See. 66 Einheiten Wolle haben wir jetzt aus Österreich gekriegt. Auch das ist identisch. Und wir sehen jetzt hier unser Hauptbildschirm. Und das kommt uns bekannt vor. Also was haben wir? Wir befinden uns im Kontor in Lübeck. Wir sehen unseren Namen, Bürger Vultelius. Wir sehen das Jahr. Wir sehen hier die Ostsee mit den Städten. Wir haben zwei Kontore. Eins in Lübeck und eins in Üstad mit jeweils einem Speicher. Wir haben ein Schiff. Der Zustand liegt bei 98,5%. Wir haben 10.000 Mark und unser Index liegt auch hier bei 46. Dann sehen wir hier auf der rechten Seite unser Kontor. Wir sehen Salz. Das sind zwei Säcke. Beim 64er war jeder Sack 100 Einheiten. Ich vermute, das ist hier genauso. Das müssten also 200 Einheiten Salz sein. Pelze, Leinen, Tran, Honig, Wolle. Wolle waren ja glaube ich nur 66. Das wird hier nicht angezeigt. Erst ab 100. Also auch hier keine Änderung zur Urversion. Die gleichen Waren werden auch hier gehandelt. So, dann haben wir hier unser Menü. Und ich gucke mal, ob wir auch mit der Tastatur arbeiten können. Und nein, das funktioniert nicht. Also beim 64er konnte ich ja jede beliebige Taste drücken, um im Auswahlmenü voranzuschreiten. Das ist hier nicht der Fall. Ah, okay. Aber wenn ich die Space-Taste drücke, kann ich hier auch mich im Menü fortbewegen. Das ist schon mal gut. Und mal gucken, wenn ich die Return-Taste drücke. Jawohl. Dann komme ich dann in das Menü. Also auch hier ein kleiner Rückschritt. Ich fand es beim 64er ehrlich gesagt ziemlich cool, dass ich jede Taste nutzen konnte. Bis auf zwei. Die waren vordefiniert. Drei, um korrekt zu sein. Die Return-Taste, die F1-Taste, um zurückzugehen. Und die F7-Taste, um den Aufbau der Karte zu beschleunigen. Das ist hier leider nicht der Fall. Hier geht wohl nur die Space- und die Return-Taste. Okay, dann verkaufen wir mal unsere Waren für 12 Mark pro Einheit. Und wir kaufen Salz. Und ich habe es befürchtet, schaut mal, dieses hässliche Menü ist auch hier enthalten. Also das finde ich echt atmosphärisch störend. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich auch die Tastatur nehmen? Jawohl. Die Zahlen funktionieren auch. Das ist schon mal besser. Also wir haben jetzt Salz gekauft. Der Preis 2 Mark sind ja wirklich sehr gut. Wir wissen ja, was später mit dem Salzpreis passiert. Was können wir noch machen? Zur Börse können wir nicht. Das ist erst ab dem nächsten Zug möglich. Aber schaut mal hier. Das ist ganz witzig. Unser Kontor ist überfüllt und das wird hier grafisch sehr schön dargestellt. Das gefällt mir. So, dann gehen wir mal zu den Schiffen. Aber bevor wir dorthin gehen, fällt mir noch etwas auf. Hört ihr das? Genau. Kein Piepen. Bei der 64er Fassung wurde ja jede Tastatureingabe mit einem Piepton begleitet. Das ist hier nicht der Fall. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das ist ein bisschen entspannter. Aber auf der anderen Seite hört man gar nichts. Das ist ja auch ein bisschen doof, oder? Und das auf dem Amiga, der geradezu prädestiniert war für die Soundausgabe. Also auch das verstehe ich jetzt nicht. Gut. Dann schicken wir doch unser Schiff nach Österreich. Ich verwende jetzt wieder die Maus, weil ich möchte gerne sehen, wie die Maussteuerung ist. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Und es ist nicht mehr überfüllt. Das heißt, 900 Einheiten passen momentan in mein Kontor. Gut zu wissen. Was haben wir noch? Die Chronik. Dann schauen wir uns das mal an. Okay. Kaperflotte. Das ist neu. Das gab es beim 64er noch nicht. Schiffe der Kaperflotte. Ich vermute mal, dass ich hier als Pirat tätig werden kann, oder? Das werden wir versuchen herauszufinden. Aber was wir hier schon mal gesehen haben, ist, wie schnell sich die Grafik aufbaut. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Was haben wir noch? Spielstand. Das ist doch eine hübsche Grafik. Schwäne. Papageientaucher. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Verenden sahen die ein bisschen zu komisch aus. So, und die Historie können wir uns auch noch anschauen. Und da sehen wir, wann wir eingetragen wurden, dass wir zwei Kontore haben. Und zum Glück waren wir nicht im Schuldturm. Wir haben keine Kaperflotte angeführt. Wir haben kein Händel angezettelt. Und wir sind auch nicht hinterhältig angegriffen worden. Das ist, glaube ich, auch neu. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Und das war's. Mehr können wir in diesem Zug nicht machen. Dann beenden wir mal den Zug. Oh, und ein Schreiber veruntreute 4.804 Mark. Wollen Sie einen Prozess? Ja, nein. Oh ja. Oh ja. Und ich hatte Pech. 961 Mark hat mich das jetzt noch gekostet. Das heißt, ich habe jetzt 5.600 Mark verloren. Oh Gott, oh Gott. Aber es war stilles See. Und das ist auch wieder ein Unterschied zur 64er-Version. Da gab es gar keine stilles See. Da gab es nur ruhiges See. Das heißt, stilles See ist nochmal besser. Okay. Und schaut mal hier. Das verstehe ich nicht. Warum habe ich noch 8.000 Mark, wenn ein Schreiber Geld veruntreut hat und nicht Pech hatte? Das verstehe ich nicht. Egal. Dann verkaufen wir unsere Waren. Der Preis liegt bei 14. Das ist schon mal gut. Und wir kaufen wieder 100 Seils. Reparieren unser Schiff. Okay. Jetzt hat man zum ersten Mal einen Ton gehört. Eine Fehlermeldung. Aber bisher sonst keine Sound-Effekte. So, 3%. Den Rumpf lassen wir es so. Und wir geben einen Bauauftrag. Und zwar werde ich drei Schiffe direkt bauen lassen. Denn der Preis ist gut. 1.879. Dann schicke ich das Schiff mal nach Uestert. Und ich kaufe noch ein paar Anteile. Ich würde sagen vier Stück. Okay. Das soll für dieses Jahr gewesen sein. Wir gehen auf Ausgang. Ende des Zuges. Ereignisse. Bitten Sie um eine Audienz bei dem Kurfürsten von Sachsen. Ja, warum nicht? Oh, er ist verstimmt. Reisekosten 100 Mark. Naja gut, das ist ja nicht so viel. Und weiter geht's. 1358. Und was auch schon mal positiv ist, dass hier die Karte sich sehr schnell aufbaut. Und man hier nicht ewig warten muss, wie beim 64er. Und wir hatten ruhiges See und 97 Wolle. Das heißt also, bei Stiller See haben wir 120 Einheiten gehabt. Und der Zustand der Schiffe ist 100%. Absolut keine Abnutzung. Sehr schön. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Verklickt. So. Dann verkaufen wir alles. Und ich kaufe jetzt noch 400 Salz. Schaut mal. Eine Mark pro Einheit Salz. Das ist ein super Preis. Und wir haben die vier Schiffe. Und die schicken wir jetzt alle nach Uestert. Und wir kaufen noch mal Anteile. Zwei Stück. Und auf ins nächste Jahr. Aus einem Wechselgeschäft erhalten Sie 3000 Mark. Na toll. Das ist doch super. Und wir sind jetzt im Jahr 1359. Es war stürmische See. Und wir haben nur 128 Einheiten Wolle. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Und der Zustand der Schiffe hat auch abgenommen. Aber nicht so stark wie bei der 64er Version. Nach einem Sturm waren wir da immer bei 77%. Das ist ja schon mal besser. So. Dann verkaufen wir doch unsere Waren. Kaufen aber noch mal Salz ein. Eine Reparatur brauchen wir noch nicht vorzunehmen. Und ich muss gestehen. Ich steige glaube ich auf die Tastatur um. Das geht nämlich schneller. Ja. Das einzige woran ich mich gewöhnen muss. Ist dass ich tatsächlich immer nur die Space Taste drücke. Also seid mir bitte nicht böse wenn ich mich hier Pferd drücke. Okay. Die Schiffe sind unterwegs. Und wir kaufen noch mal Anteile. Und jetzt gehört uns 100% der Firma. Und ich habe jetzt hier F1 gedrückt. Ein alter Reflex. Das hat nichts gebracht. Wir müssen mit der Space Taste auf Ausgang und dann Return drücken. Also von der Steuerung nicht ganz so komfortabel wie die 64er Version. Das kann ich schon mal sagen. Gut. Das war's. Dann gehen wir mal weiter. Der Schwedenkönig Erich XIII fordert von Ihnen 500 Mark Zoll. Ja. Da bleibt nichts anderes übrig. Dann machen wir das. Und es war tobende See. Und schaut mal. Nur 58 Einheiten Wolle. Das ist echt miserabel. Anders kann ich das nicht sagen. Der Preis liegt bei 15. Die Schiffe lasse ich so wie sie sind. Und ich schicke wieder die vier Schiffe nach Uestad. Okay. Die Schiffe sind unterwegs. Und wir beenden das Jahr. Und es ist nichts passiert. Das ist schon mal gut. Was passiert, wenn ich Handle drücke? Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir zumindest ruhig gesehen. Und wir haben 283 Einheiten Wolle aus Uestad mitgebracht. Das ist doch schon mal super. Und wir kaufen wieder Salz. Und die Schiffe lasse ich immer noch nicht reparieren. Da warten wir noch ein bisschen. Und wir schicken die vier Schiffe wieder nach Uestad. Aber was wir noch in Uestad machen. Wir kaufen uns Kanonen. 95 Mark kostet eine. Dann nehmen wir doch mal drei. Wie teuer ist ein neuer Speicher? 3.420. Das ist momentan zu teuer. Da warte ich noch. Okay. In das Schiffmenü kann ich auch hier nicht, wenn die Schiffe unterwegs sind. Schade. Sonst hätte ich hier vielleicht noch ein Schiff in Auftrag gegeben. Dann beenden wir mal den Zug. Wollen Sie ein Schiff bergen? Klar. Und ich war erfolgreich. Haha. Sehr schön. Es war bewegtes See. Also, was hatten wir bisher? Stille See, ruhige See, bewegte See. Und tobende See. Und stürmische See, glaube ich, auch. Das sind die Kategorien. Aber das ist schon mal super. Dann verkaufen wir alles. Und ich kaufe wieder Salz ein. Und natürlich ist unser Lager überfüllt. Aber ich schicke ja gleich die Schiffe. Und dann ist das Lager nicht mehr überfüllt. So, dann trimmen wir mal die Takelage leicht. Mit dem Rumpf. Und alle Schiffe werden nach Uestert geschickt. Okay. Dann gehen wir mal ins nächste Jahr. Oh, ich habe die Hälfte des Salzes verloren. Das ist natürlich nicht so schön. Aber zum Glück hatte ich nicht mehr so viel Salz im Lager. Aber schaut mal hier. Tobende See und nur 71 Einheiten Wolle. Das ist ja echt nichts. Schade, schade. Der Preis für Wolle liegt zumindest bei 14. Okay. Und ich trimme etwas die Takelage. So, was passiert, wenn man Kaperflotte drückt? Ich nehme mal 1. Mal gucken, was passiert. Bin mal gespannt. Oh, ich habe zu wenig Salz. Also kaufen wir jetzt erst mal Salz. Aber schaut euch mal. 6 Mark. Das ist jetzt plötzlich sehr teuer geworden. So, jetzt hat es geklappt. Für Schiffe nach Uestert. Und wir schauen uns mal an, was das Jahr bringt. Wollen Sie in eine wohlhabende Familie einheiraten? Klar will ich das. Bis dass der Tod euch scheidet. Und 16.451 Mark reicher. Sehr schön. Ruhige See. 281 Einheiten Wolle. Jetzt läuft es wesentlich besser. Und ihr seht, dieses eine Schiff, was ich in der Kaperflotte habe, ist da immer noch. Dann verkaufen wir mal unsere Waren. Und wir kaufen Salz. 1000 Einheiten. Reparieren unsere Schiffe. Aber nee. Das will ich nicht. Kein Schiff in die Kaperflotte. Das sehen wir jetzt auch. Da ist das Schiff. Und der Kommandant ist Vulteius. Okay. So. Nochmal nach Uestert. Und wir eröffnen jetzt ein Kontor in Novgorod. Und kaufen dort auch einen Speicher. Schiff in die Kaperflotte. Okay. Schiffe konnte ich jetzt natürlich nicht in Auftrag geben. Die Flotte ist unterwegs. Aber im nächsten Zug. König Waldemar der Vierte von Dänemark fordert von ihnen 2031 Mark Zoll. Ach, das ist viel. Aber ich werde befördert. Dem Händler Vulteius wird hiermit das Privileg zuteil, in die Kaufleute-Kompanie aufgenommen zu werden. Sehr schön. Und das war stille See. Und schaut mal. 367 Einheiten Wolle beim Preis von 15. Das ist super. So, dann kaufe ich wieder Salz. Ein Bauauftrag für ein Schiff. Und jetzt schicke ich vier Schiffe nach Novgorod. Und in Lübeck. Oh, das geht jetzt nicht. Da habe ich nicht genügend Geld. Alles klar. Klar. Die Heuer für Novgorod ist sehr teuer. Der dänische König greift ihr Konto in Österreich mit zwölf Schiffen an. Na super. So. Ah, okay. Ich muss jetzt hier mit der Maus steuern. Und zumindest hier hört man Sound. Und wir haben schon mal ein Schiff versenkt. Sehr schön. Oh, sogar animiert. Sehr schön. Zu kurz. Zu lang. Ui, das war knapp. Also, unser Konto ist zumindest schon mal in Sicherheit. Wobei, nee. Es kommt noch eine zweite Welle. Da ist jetzt die zweite Welle. Aber es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Nichts verloren. Landschaftlich sieht es natürlich jetzt nicht so gut aus in Uistad. Und das war's. Also, König Waldemar hat ein Schiff verloren. Und erbeutet wurden 298 Mark. Okay. Aber das sollte kein Problem gewesen sein. Schaut mal. Ruhige See. Und wir haben 576 Einheiten Pelze aus Novgorod. Und die verkaufen wir jetzt alle. Und haben jetzt richtig schön Gewinn gemacht. Wunderbar. Ich kaufe noch 300 Einheiten Salz. Und ich schicke jetzt 5 Schiffe nach Novgorod. Und da seht ihr jetzt auch die Heuer für Novgorod. 640 Mark pro Schiff. Und ich kaufe noch einen Speicher in Lübeck. Nicht, dass der alte abbrennt und ich dann mein ganzes Salz verliere. Gut. Dann machen wir mal weiter. Nichts passiert. Sehr schön. Und es wird immer besser. Schaut mal. Es war stilles See und wir haben jetzt sogar 864 Einheiten Pelze aus Novgorod. Das ist ja cool. Und das beim Preis von 26. Das ist nicht so gut. Wir wissen ja, der Preis kann bis auf 50 Mark steigen. Aber das ist jetzt egal. So. Wir kaufen wieder Salz. Und wir müssen unsere Schiffe, glaube ich, etwas reparieren. Und wir kaufen wieder ein Schiff. Na, vielleicht noch zwei. Okay. Alle fünf Schiffe wieder nach Novgorod. Und wir gehen in das nächste Jahr. Spenden für den Dom. 1000 Mark. Ja, machen wir. Es war bewegtes See, aber trotzdem knapp 500 Einheiten Pelze. Sprich 100 Einheiten pro Schiff. Das lohnt sich. Und wir geben noch mal einen Bauauftrag. Nummer 3. So. Acht Schiffe nach Novgorod. Und das war's. Wobei, vielleicht sollte ich in Novgorod mal drei Kanonen kaufen. Gut. Wahrscheinlich brauche ich auch demnächst noch Speicher in Novgorod, weil die Schiffe jetzt doch einiges transportieren. Dann schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Und. Haha. Es war gut, dass ich einen Speicher in Lübeck gebaut habe. Schaut mal. Abgebrannt. Und ich bin wieder aufgestiegen. Dem Kaufmann Volterius wird hiermit das Privileg zu teilen, in die Kaufmannsgilde aufgenommen zu werden. Sehr schön. Okay. Stürmische See. Das war nicht so gut. Wir verkaufen die Pelze. Wir kaufen Salz. Ich habe etwas den Überblick verloren, wie viele Schiffe wir haben. Elf. Okay. Dann hat es gereicht. Wir reparieren die Schiffe. Und schicken jetzt diese Schiffe alle nach Novgorod. Okay. Ich bin gespannt. Auf in das Jahr 1370. Spenden Sie für das Witwenstift 450 Mark? Klar. Und es war bewegte See. Und wir haben 859 Einheiten Pelze. Sehr schön. Und der Preis liegt bei 34 Mark pro Einheit. Dann verkaufen wir das mal. Aber leider ist der Preis für Salz jetzt auch ganz schön gestiegen. Und wir müssen die Schiffe entsprechend reparieren. Und dann kaufe ich jetzt noch neuen Speicher in Novgorod. Und in Lübeck. Und die Schiffe werden alle nach Novgorod geschickt. Gut. Das war das, was ich im Jahr 1370 machen konnte. Und ich würde jetzt an dieser Stelle auch die Sendung heute beenden. Ich werde in der nächsten Folge weiter das Spiel auf dem Amiga spielen. Ich werde jetzt gleich den Spielstand speichern. Und ich bin dann wirklich gespannt, wie weit wir dann in der nächsten Partie kommen. Ich finde auch hier, dass das Spielprinzip sehr gut ist. Das sind so ein paar kleine Unterschiede. Insbesondere die Geschichte mit der Kapa-Flotte. Da werde ich mal beim nächsten Mal nachlesen, worum es dabei geht. Keine Ahnung. Bin ich selber der Pirat? Oder ist das eine Flotte zum Schutz meiner Schiffe, wenn ich angegriffen werde? Keine Ahnung. Aber das werden wir hoffentlich in der nächsten Sendung dann erfahren. Wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr wieder bei dem Pretty Old Pixel hineinschalten würdet. Insbesondere auch in die nächste Folge. Denn ich glaube, es wird recht spannend. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.